Hallo zusammen, das ist der Mr. Pink und ich habe jetzt gerade den Flyer in der Hand von diesem Mega-Event dieses Jahr. Am 6. November 2010 in der Stadthalle in Dietiken. Der Event heisst 3D3 featuring Star Night und es ist ein Riesenaufgebot von Stars mit Mr. Danos z.B. in meiner Wenigkeit und ganz guten Trends nehmen, wie z.B. Dave 202 und ganz, 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 ganz viel. Ich hoffe, ihr verpasst den Event nicht, ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn ich in MC, MC Synergy den Laderocken tönt und heute auseinandernehmt es. Bis dann.